Hallo zusammen, es tut sich was, es bröckelt, vielleicht wird's. Der Gegenwind für Angela Merkel und ihre Gesellen wird stärker. Die größte Oppositionspartei in Deutschland kommt mit einer handfesten Initiative daher, Aufbruch für Deutschland. Man fordert einen sofortigen Ende des unsinnigen Lockdowns. Eine Forderung, mit der auch Wolfgang Kubicki von der FDP in den letzten Tagen schon dahergekommen ist. Wir fordern, hört endlich auf mit parteipolitischem Gezänk, wenigstens bis wir wieder zur Normalität zurückgekommen sind. Ob sich Angela Merkel noch einmal zu einer drastischen Maßnahme der Intervention im Falle eines Zustimmens der FDP einlassen kann, ist mehr als fraglich. Zu viel hat sich in der letzten Zeit verändert. Und ob die Linke im Falle einer Zusammenarbeit zwischen FDP und AfD wieder Blumen sprechen lässt, ist auch fraglich. Im heutigen Deutschland allerdings möglich. Unter diesen Gesichtspunkten wird die heutige Corona-Konferenz der Superhelden ganz besonders spannend. Ein besonders heftiger Sturm bläst unserer Kanzlerin aus Übersee entgegen. Texas will alle Corona-Maßnahmen sofort beenden, inklusive Lockdown und Maskenpflicht. Ein Fingerzeig für unsere Bundesländer. Welcher der Herren und Damen Ministerpräsidenten kann sich zu einem derartigen Schritt aufraffen? Wir sind gespannt. Wir vermuten, keiner von denen hat Rückgrat. Freunde, schönen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Tag. Bitte Daumen nach oben verbreiten und abonnieren. Es wirbt, es bröckelt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.